Ja, Sie haben es gerade gesehen, vor allem in der Türkei ist das Ausmaß der Feuer immens. Die Türkei ist in 81 Provinzen unterteilt, über 30 sind betroffen und es kommen immer neue Brandherde dazu. Dazu schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Lük Walpott in Istanbul. Lük, vielleicht können Sie uns noch einmal die Situation im gesamten Land schildern, bitte. Es ist auf jeden Fall eine äußerst dramatische Situation. Nach Angaben des Innenministers sind noch 132 Brandherde da. Davon sei die ganz überwiegende Zahl unter Kontrolle, heißt es, nämlich etwa 120. Aber es gibt noch mindestens zehn Feuer, die nicht unter Kontrolle sind. Und auch die, die unter Kontrolle sind, da muss man vorsichtig sein, denn wir haben es eben im Beitrag gesehen. Das Problem sind die extrem hohen Temperaturen, weit über 40 Grad, teilweise 3, 4, 45 Grad. Und der heftige Wind, der auch Brandherde, die schon gelöscht sind, dann immer wieder neu entfacht. Also eine schwer zu kontrollierende Situation. Es sind über 4000 Feuerwehrleute im Einsatz. Es sind Löschfahrzeuge gekommen, überall aus dem Land, teilweise auch Hilfe aus dem Ausland. Kroatien und Spanien haben Löschflugzeuge geschickt, auch Russland und die Ukraine. Es sind Feuerwehrmannschaften daraus, Aserbaidschan und Iran, den Nachbarländern. Aber es reicht trotzdem nicht. Immer noch gibt es Orte, wo sich die Bürger selbst behelfen muss. Und die bisherige Bilanz ist traurig genug. Wir haben es eben gehört, fast 100.000 Hektar Land und Olivenhaine zerstört und mindestens bislang acht Todesopfer. Sie haben es gesagt, viel Unterstützung aus anderen Ländern. Wie kommt das an bei der Bevölkerung? Ist man dankbar? Das kommt auf jeden Fall gut an. Es gab hier aber heftige Kritik auch an der Regierung, dass sie viel zu spät auf diese Herausforderung reagiert hat. Und sie sei auch nicht gut vorbereitet. Die Löschflugzeuge, die türkischen, sind viel zu spät gestartet. Die sind offenbar schlecht gewartet. Und es gab auch ein behördliches Hickhack, wer da eigentlich zuständig ist. Es gab auf den sozialen Plattformen, in den sozialen Medien gab es einen Hashtag, einen Aufruf ans Ausland. Bitte helft uns. Helft uns. Das kam in Ankara bei der Regierung nicht gut an. Denn Staatspräsident Erdogan stellt seine Türkei ja immer gern als große, starke türkische Nation dar. Das sieht es nicht gut aus, wenn man Hilfe aus dem Ausland braucht. Also es gibt geharnischte Kritik an der Regierung, wie das hier gemanagt wurde. Die Regierung selbst verweist darauf, dass man untersucht, ob da nicht Brandstiftung vorliegt. Es ist halt sehr auffällig, dass innerhalb weniger Tage, die ersten Feuerwehr sind am Freitag ausgebrochen, so große Flächen und so eine Vielzahl von Bränden entstanden ist. Und da gibt es jetzt alle möglichen Spekulationen, die ins Kraut schießen. Präsident Erdogan hat schon mal vorsorglich einen Finger gehoben in Richtung PKK, also der linken Terrororganisation der Kurden, hat die aber nicht beim Namen genannt. Im Netz wird spekuliert über Brandstiftungen von Immobilienhaien, die also auf heißem Wege gewissermaßen neues Bauland sich besorgen. Alles das ist nicht belegbar. Der Innenminister hat gesagt, man geht den Vorwürfen nach, aber im Moment steht natürlich erst einmal im Vordergrund, diese Feuer unter Kontrolle zu bringen und irgendwie die Gefahr für die Bewohner entlang der Küsten zu verringern. Sie haben es gesagt, man versucht es jetzt einzudämmen, aber wie sind die Wettervorhersagen, wie sind die Chancen, dass vielleicht das Wetter, ein Regen, irgendwas da helfen kann? Schlecht, wie gesagt, es gibt wirklich keine Entwarnung, das haben alle Behörden auch gesagt. Man ist mit voller Kraft dabei, weitere Hilfstrupps an die Küsten zu verlegen, denn man weiß, das Wetter, jedenfalls ist das klar, da sind die Meteorologen sich einig. Übrigens auch in Griechenland und auch in Süditalien, auch in Griechenland, das haben wir eben im Beitrag gesehen, ist die Situation katastrophal. Das sind Temperaturen, die liegen 6, 7, 8 Grad über dem Durchschnitt für diese Zeit, also hier an der türkischen Küsten irgendwo zwischen 43 und 46 Grad. Nun sind das immer heiße Orte, aber das ist eindeutig zu hoch. Also die Prognosen sind nicht gut und man versucht so gut wie möglich jetzt auch Schneisen zu schlagen in Waldgebiete, sodass sich die Brände nicht weiter fortpflanzen können. Aber insgesamt ist das eine sehr heikle Situation und die Gefahr ist weitaus noch nicht gebannt. Ja, man muss ja auch sagen, solche Temperaturen werden im Schatten gemessen. Also für uns hier in Deutschland, der im Herbst steckt, unvorstellbar. Ganz herzlichen Dank, Lük Walpott nach Istanbul.